Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Black Mesa, dem Remake von Half-Life 1. Komm, wie geil das aussieht. Ich wollte das mit euch schon immer durchspielen. Jetzt ist es endlich 100% fertiggestellt. Man kann es also bis zu Ende spielen. Hier, kurz Pause. Da steht Barney, das Lustige ist, also es sieht alles anders aus dem ersten Half-Life 1 Spiel. Aber da steht Barney, den spielt man in einem Add-on von Half-Life 1. Ich weiß nicht, ob das Barney ist oder irgendein Angestellter. Aber ich glaube, es war Barney, ich bin mir halt nicht mehr sicher. Auf jeden Fall ist das dann der da, mit dem spielt man dann. Ey, lass mich rein, ihr habt mich ausgesperrt, sagt er dann. Weiter geht's. ...is 8.47 a.m. Current topside temperature is 93 degrees. With an estimated high of 105. The Black Mesa compound is maintained at a pleasant 68 degrees at all times. Ja, Half-Life 1. Das beste Spiel, was vielleicht jemals rausgekommen ist. Also zu der Zeit hat es eingeschlagen wie eine Bombe. Mod zu Bob ist zum Abwinken. Und jetzt gibt es einfach mal ein Remake in der... Es ist, glaube ich, auch die Source Engine, ne? Aber einfach mal richtig hart remaked. Also ist schon wirklich cool. Oder remastered. Over 9000. Ich hab's schon mal in Let's Play, die Let's Play ist nicht mehr vorhanden. Aber, äh, dachte, wir machen's nochmal. Ganz frisch. Macht ja nix, Half-Life hab ich sowieso schon ein paar Mal durchgespielt. Ich hab's schon mal in Let's Play, die Let's Play ist nicht mehr vorhanden. Das ist ein bisschen wie Eureka. Kennt ihr das? Die Stadt aus den intelligenten Leuten? Alter, das sieht so gut aus. Sie glaubt gar nicht, wie gut das aussieht. Oh, da ist ne Frau. Unfassbar. Das gab's vorher auch nie. Ja, Eureka, das sind doch alles intelligente Leute. Die alles mögliche bauen. Das ist hier auch irgendwie bei Black Mesa so. Ja, die Vorgeschichte zu Half-Life 2. Oder Alex. Was jetzt bald kommt. Oder schon gekommen ist. Geil. Das ist nicht mehr. Wie gesagt, das ist, dass die Träne nicht mehr vorhanden. Wenn es notwendig ist, dass die Träne nicht mehr vorhanden ist, die Zähne nicht mehr vorhanden sind, die Zähne nicht mehr vorhanden sind. Bitte, abhau dir von den elektrischemalierten Räumen und gehen nach einer emergency Station bis die Hilferschaft kommt. Ich fand das immer geil, in dem Zug zu fahren. Es war unfassbar. Oh, hier kommt eine coole Tür. Jetzt kommt man zum Hochsicherheitstrakt vom Dr. Freeman, den wir hier spielen, Testlabore. Ja, es gab ja ein paar Addons, einmal Blue Shift, da hat man den Polizisten gespielt und dann Opposing Force, da war man quasi Soldaten. Dass man eigentlich warten muss, dass das zugeht. Ach, Laden, deswegen. Ja, das Spiel ist noch ziemlich oldschool mit Lado-Bereichen. Na gut, das haben immer noch Videospiele heute, aber Team Mainitons. Ich bin Gordon Freeman. 27, Station Forschungsassistent. Boah, Alter, guckt mal. Arbeitsplatz, Labor für anormale Materie. Sicherheitsstufe Level 3. Wenn du eine Freundin oder eine Freundin machen würdest, wäre es wichtig, dass die Team Black Mesa ist. Die Anwärmärmärmärm sind in den Bereichen der Materialienste, und die Sicherheitsschutzung, und die Sicherheitsschutzung. Bitte kontaktieren die Personale Black Mesa für weitere Informationen. Das Ding sieht man auch nie wieder, glaube ich. Guck mal, da ist sogar ein Sitzplatz oben drin, lol. Ach, toll. Work safe, work smart, guck mal, die wollen rausglassen werden, oh mein Gott! Das Ding ist ja halt... Äh, heute geht ja irgendwie alles schief, das merkt ihr gleich. Das geht nicht, dies geht nicht. Dankeschön, danke. Ach, hier ist Barney, okay. Ja. Ja. Ich hab meinen Pferdeschweiz abgeschnitten. Schweren sich. Anomale Materie. Black Mesa Research Facility. Ist das Barney? Das muss der Barney sein. Hey, Mr. Freeman. Ich hatte ein paar Messungen für euch, aber wir hatten ein System crash über, ich weiß nicht, 20 Minuten vor, und ich bin noch immer versuchen, meine Daten zu finden. Ein solcher Zeit, glaube ich. Sie hatten auch ein paar Probleme in der Testchamber, aber ich glaube, das ist alles klar. Sie sagten mir, dass du nach vorne gehst, als du in deinem Hazard-Suit hast. Das ist auch neu, das hab ich auch noch nie gehört. Okay, wir müssen los. Wir müssen arbeiten. Oh, wer ist das denn hier? Hallo? Oh, wir sind zu spät arbeiten gekommen, das ist natürlich blöd. Oh, guck-puck! Oh, guck-puck! Es gibt, dass ich hier gemacht habe. Oh, guck-puck! Es war das. Das war die Dörren. Das war die Dörren geworden. Oh, guck-puck. Das war die Dörren. Das ist schwer, als ob ein Geist vor mir. Um, das war es. Ja, die Dörren. Wir müssen uns das. Oh, guck-puck! Oh, guck-puck! Friedman, das war's. Für mich heute Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Freeman. Ha 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 ha. Shut up. Ich bin ziemlich beschäftigt. Der Sample wurde gerade in die Testchamber gelegt. Oh, komm mal. Guten Morgen. Guten Morgen. Guck mal kurz noch hier gucken. Das ist G-Man. Das ist die super mysteriöse Figur in diesem Spiel. Unverständlichstes Gebrabbel. Okay. Weiter geht's. Das ist auch total neu. Hier ist normalerweise überhaupt gar kein Raum. Das sind einfach Wände. Super cool. Das war's. Ja. Das war You-Know-Who's Lunch. You-Know-Who's Lunch. Wie auch immer. Hast du meinen Kaffee-Cup gesehen? 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 Ist das eine Secret Mission? Weil ich glaube, man kann das Outdress-Personal-Only. So. Ja. Ja. Äh. Tero. Tripoli. Poloski. Truman. Giraud. Chinna. Robertson. Cleason. Botsma. Gillen. Rose. Flaystad. Wilson. Freeman. Und ich habe auch ein Kind. Ach, das habe ich nie gedacht. Äh. Gordon Freeman. Das ist hier der... Moment. Komm, wir gehen mal. Dreifach gefaltete Karkis. Preposter. Dreifach gefaltete Karkis. Ma'am. Mach dann halt nicht. Ich dachte, sie würde ihn vielleicht haben. Ich dachte nur, es wäre... War so eine Überlegung. Oh, ja. Ich weiß ja nicht. Ah, hier. Dread. Kein Toilettpapier. Oh, danke, Herr. Ich brauche etwas Toilettpapier. Haha. Wir sind die Besten. Oh, ja. Ich brauche etwas zu dir. Kein Sie, ich brauche etwas zu dir. Oh, nein. Ich brauche das Auto-Cupon. Ich brauche ein. Atmospheric Contaminant Sensors Activated Vital Sign Monitoring Activated I remember my days in the hazardous environment suit Automatic Medical Systems Engaged Defensive Weapon Selection System Activated Okay Munition Level Monitoring Activated Communications Interface Online Das ist ein sehr sicherer Tag Cool, Mann, Gott, ey, die Einladung von dem Anzug ist aber mega krass geworden Ist cool, dass wenn man schon durch dieses Labor laufen kann, überall sind die Leute Ist halt damals schon ziemlich cool Ja, das stimmt schon, ich muss die Drecksarbeit heute machen Dalsys Das ist auch neu hier Liedership Black Mesa ist der weltweit Leader in dem Feld Fluid Dynamics Please call Observation Tank 1 Ich glaube Dr. Kleiner und Eli sind auch hier Wer die kennt Also, Barney, Dr. Kleiner und Eli Ich vergesse dann doch, wer Barney hier ist, weil sie sehen alle gleich aus Laden, bitte warten Laden, bitte warten Nichts funktioniert Nichts funktioniert Dr. Freeman Dr. Freeman Dr. Freeman Dr. Freeman Dr. Freeman Ah, Gordon Da bist du Schön, dass du endlich uns zusammenstehen, Dr. Dr. Kleiner Wir haben die Sample herbekommen zur Testchamber Wir haben das Anti-Mass-Spektrometer am 105% verbessert In der Testchamber. Danke. Guten Tag, Eli. Morgen, Izzy. Ich glaube, dass du dich gut findest. Gordon, guten Morgen. Ich bin froh, dass du hier bist. Es sind die letzten Minuten Veränderungen. Sie sind ein bisschen verrückt, wenn... Oh! Es geht darum, dass du kritisch bist. Was in den Blasen passiert ist mit unseren Equipmenten? Oh, es war... Es war niemals, dass wir das in den ersten Platz machen. Es ist nichts, das wir uns selbst nicht handeln können, Eli. Ruhig, Gordon. Es wird nur einen Moment sein. Okay, okay. Ich mach mal kurz... Ah, wohl. Cooler Aufzug, oder? Ich hab nie verstanden, das ist der einzige hier. Eine große Schraube. Schon wieder irgendwas falsch. Radiostrahlung zu hoch. Und das hat nur noch was ich. Ich hab zwei PhDs und ein Mittel der Erstet. Und ich finde, ich bin der Job best suited für einen Intern. Bitte, du machst hier sehr sinnvoll. Wirklich? Pusche dasbutton. Pushe hierher. Pushe hierher. Stand und schaue auf die Schreine. Pushe hierher. Pushe hierher. Pushe hierher. Komm jetzt. Du reaktierst. Okay. So, ähm, nächste Folge geht's los. Leute, ich muss jetzt aufhören. 20 Minuten. Also, bis zur nächsten Folge. Blackmacer Half-Life 1. Dann wird's spannend. Testlab, da geht's rein. Los geht's. Bis zum nächsten Mal.